Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Destiny 2 von mir, ich bin Exos und in diesem Video zeige ich euch, wo alle neuen Pinguine auf Europa zu holen sind, damit ihr den Triumph abschließen könnt. Dafür müsst ihr natürlich alle Pinguine holen und neben dem Raum von Varix gibt es einen weiteren Raum, wo ihr die ganzen Pinguine deponieren könnt, um den Triumph schlussendlich zu kriegen. Gut, das war es im Grunde genommen schon von der Einleitung her, wo die Pinguine sind, da zeige ich einfach, wie ich hinfahre, könnt ihr genauso nachmachen und findet dann diese neuen Stück. Und im Grunde genommen wäre es das auch schon von mir stimmlich gewesen, ich lasse den Rest natürlich einfach noch laufen, viel Spaß beim Suchen, beim Finden und beim Triumph holen. Wir sehen uns, wir hören uns im nächsten Livestream auf Twitch und im nächsten Video. Bis dann! 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.